Die innere Freiheit Was für Körperlichkeit, Empfindungen, Vorstellungen, Gestaltungen, was für Erkennen es nur immer gibt, vergangene, künftige, gegenwärtige, in uns oder außerhalb, stark oder zart, gering oder hoch, in ferne oder nähe, sie sind nicht mein, sind nicht ich, sind nicht mein Selbst. Wer es also ansieht, ihr Mönche, ein kundiger, edler Hörer der Lehre, wendet sich ab von der Körperlichkeit, wendet sich ab von den Empfindungen, wendet sich ab von den Vorstellungen, wendet sich ab von den Gestaltungen, wendet sich ab vom Erkennen. Indem er sich davon abwendet, wird er frei vom Begehren. Durch Freiheit vom Begehren wird er erlöst. Vernichtet ist die Geburt, vollendet der heilige Wandel, erfüllt die Pflicht. Keine Rückkehr gibt es mehr zu dieser Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020